Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werdet ihr die Highlights von insgesamt zwei Daily Duo Cups sehen. Ich werde es wahrscheinlich bei den Daily Cups, wenn jetzt auch vielleicht noch Solo Daily Cups rauskommen sollten, werde ich immer mehrere Tage zusammenfassen, irgendwie so zwei, drei Tage, solange nicht an einem Tag vielleicht die allerkrassesten Runden sind, dass es locker für ein Video ausreichen würde. So schneide ich nämlich lieber einfach die schlechten Runden raus und nehme nur die guten Runden rein und mache das dann eben halt von mehreren Tagen. Ich glaube, dann habt ihr am Ende auch mehr. Schreibt mir dann natürlich gerne euer Feedback dazu in die Kommentare, genauso wie weitere Videovorschläge. Und wenn ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, was ja auch nicht mehr lange dauert, bis wir das haben, dann lasst natürlich gerne ein Abo da, außerdem bewertet und teilt natürlich auch gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute die FNCS Woche 2 spielen. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr dort vorbeischauen könntet und ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. Ich wäre on Range. Da. Lass lasern. Einer links auf der Tanke. Daumen. Perfekt. Digga, hat 57er Headshot und noch 28er. Einer ist real. Der da unten ist real. Digga, der ist ja so schlecht, als wäre ein Bot einfach. Real Talk, ich bin so auf dir, Digga. Ich konnte die nicht unterscheiden. Das Ding ist, der war so los einfach, der hat ihn nicht mal zurückgeschossen, deshalb dachte ich einfach, es wäre auch ein Bot. Könnten wir A da unten. Down. Alter. Oh, Digga, hab ich den rasiert. Was hast du dem gegeben? Äh, Double Headshot und Buddy Shot. Hier kommt einer. Gegner. Komm, Double Key. Double Key. Er ist unter der Cone, oder? Ja. Ich hab unter ihn den Boden. Chill, Crack. Hab ihn. Dark. Ja, wenn wir die bekommen. Ah. White. Komplett white. An der Seite, an der Seite. Der eine ist übel white. 71 auf white, auf den einen. Ey, warte. Ich hab Minis. Äh, ich hab Slurpfisch. Hier, Fisch. Ich glaub, hier kommen noch mehr. 36 white. Oh, von irgendwo anders noch. Ah, schade. Schade. Instant richtigen Laser. Nice. Wo? Ach so, das war... Du, das war gar nicht der Mate von dem einen. Ich glaub, das ist der Solo. Hat 100 HP. 125 HP. Down. Nice. Ja. Nein, Digger. Wie lasend. Läse der mich. Hat einen 29er. Unter der Brücke. Ja, was soll ich machen? Er hat einen Tag. Höh? Was macht der? Der hat einen Tag. Der hat einen Kill. Ganz egal. Du beschwerst dich mit 30ern. Ja. Ja. Bockst sich nicht. Na, okay. Ich muss mich auch mit 30ern beschweren. Oh. Ah, du hast nicht den Kill, oder? Oh, du hast nicht den Kill, oder? Hm-mm. Digga. Wie trifft der alles? Digga, wie hat der alles richtig die Büsche getroffen? Ja. Werft Nades. Der hat shield. Shield Crack. Was ellos? Auf den anderen. Auf den anderen. Oh. Oh, what? Oh, what? Oh, what? Ah, schade. Ah, Digga, von der, von ganz weit hinten. Double Headshot. Shield Crack. Auf die Sky. Shield Crack. Auf Blingarela. White auf Sky. Hinter mir. Nein, nein, nein. White down. Ich muss da kurz BG drücken. Ab 28, nice. Hast du den einen noch? Ja, hab ich. Hab beide. Okay, nice. Weg, 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 weg. Geh, Crack, one hit. Nein, überhaupt nicht weg. Ich schmeiß den Flopper hin. Der eine ist links hier hinterm Auto. Shield Crack. One hit, Oro skin, one top. 24er, nice. Wichtig. Ich geh auf Mate. Hab du finished. White. Ich down gehen. Hab ihn. Ja. Stark, ich kann Minis decken. Ich brauche Minis. Ah. Stell dir vor, der Wehr drückt. Er ist ja nicht drauf gewesen. Hier sind welche. Digga, warum hittet er mich so fett? Hat ein 67er. Ich denke mal Full Shield. Und noch ein kleines Hit. Lass uns oben rein. Oh, 110er. Oh, nee, Digga. 25er. Oh, ein Shield. Hat den Sniper. Ja, heben Sniper dauert aber sehr lange. 60er. Ich hab mich nicht getroffen. Oh mein Gott. Hinter uns. Neulich, Gott, ich bin auf einmal weg gewesen. Ich versuch wegzukommen. Versuch den oben einfach zu töten. Rechts, rechts, rechts. Ah, keine Chance. Ah, keine Chance. Ich hab da oben. Ich hab die Treppe in ihm geplaced. Eins. Ist meins. Schild crack. Schild crack. One hit. Nice. Ja, komm. 100er. 100er? Mit der Nade. Mit der Nade. Oh, hä? Ich muss ganz kurz zielen. Sky down. Ne sind es nicht. 115 auf 1. Hab ihn. Hab 1. Nice. Sky geht's. Loot. 200 auf Sky. Down. Nice. Äh, 72 auf Blingerella. Blingerella geht zu Sky. Shield Crack. Let's go. Hab ihn. Stark, Digga. Hab 2, äh, hab 1. Hinter uns noch. Ja, ich hab 1 da. Komplett finisht. Hab noch 1. Hinter uns Vorsicht. Watch, watch, Vorsicht. Ja, einer noch nockt. Shield Crack. Hab den. Nein, in mir drin. Jetzt. Free hit. Ja, Botnik, alter. Digga, wie bekomm ich das? Oh, Alter, das ist die, wie die das nicht checken. Ah, er hat aber schon. Top 3, aber nice. 20 Punkte. Ich hab 9 Kills, Junge. Hier bei mir. Wide, wide, wide. Ab ihn. Fertig. Vorsicht. Nice. Oh, hab ich ihn? Let's go. Oh, das ist so wichtig. Ja. Shield Crack. Down. Perfekt. Mini. Vorsicht, sein Mate kommt. Shield hit. Hinter uns. Shield Crack. Shield Crack hinter uns. Wide. Der hier, wide. Down. 1 HP, 1 HP. Down. Nice. Wo? Wo? Einer noch. Andere auch noch. Zwei hit. Shield Crack. Ab 1. Der andere will weg. Ich geh nur kurz ein Mate-Pirsch. 27er, komm bitte. 72er noch. Down. Nice. Der Fuß ist fallen. Ah, nee. Ich geh nicht mehr. Ja. 2,20er. Shield Crack. Rapid. Let's go. Nein. Nein. Komm, 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 komm. Ah, schade. Nein, naga. Nein, naga.